ok mal kurz speichern doch möchte ich schon danke ganz kurz etwas zurücklehnen ich sitze immer so quasi bono mäßig da ich hoffe ich glaube man hört mich trotzdem ganz gut ist ein kleeplot ein du mischt da jetzt rein ja komm ok keine ahnung ich mache ja mal alles schön oder versuchts zumindest man sollte es ja ausfüllen okay das war nummer eins das hat dann funktioniert okay jetzt ich dachte jetzt wirkt sich das in den ganzen raum ach ja richtig so war das eine konstellation noch ein offel der dritte im bunde schätze ich mal schau oh hör auf damit ja 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 Soll ich das machen? Ach! Ah, okay, daran erinnere ich mich gerade mal. Erronenschaft freigeschaltet, Tsuta Gami. Okay. Okay, next one please. War es jetzt richtig? Ah. Das ist halt schon irgendwie cool. Und praktisch. Äh... Und... Ich frage mich ja schon, wie der Hund da oben reingekommen sein soll. Aber okay. 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 Hier ist eine Blume, aber es gibt keine andere Blume, oder? Äh... Kamera, bitte. Jetzt zähle ich gerade keine. Keine Ordnung. Okay. Noch eine Blume. Und noch eine. Achso. Ah, okay. Okay. Alles klar. Äh. 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 Nix. Ne, so sehe ich mich nicht, dass es schlecht. Okay. Okay. Nächste Blume. Okay. Mach ich das gerade richtig? Ich bin ja nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Okay. Aua. Und du? Würde man doch nicht einfach irgendwas drum binden? Wut? Drum binden? Hä? Drum binden? Achso, warte, warte, warte. Kapiert. Ich hab's kapiert! Der Letzte? Ich grad heute. Schon ziemlich ausgefuchst, das Ganze. Und da soll ich jetzt reinhüpfen? Oh, wenn er meint. Oh, ein bisschen creepy. Nein, what? Okay. Keine Ordnung mehr, was uns hier erwartet. Eventuell irgendein Bosskampf? Das war's ja alles, ne? Wärtigkeits-Tipps. Okay, guck mal ins Körper. zielen will gelernt sein so wir gucken uns fort schrift rollen und immer doch glück verdient man durch wiederherstellen natur und füttern glück kann deine göttlichen attribute verbessern das kannst du verbessern solar energie tintenflasche morgen und börse wähle weise und für den augen der größte zeit gibt es aber schon verbitter angriffe zu kombos um deine göttlichkeit zu verbessern göttlichkeit erschafft eine barriere die angriffe abwehrt das fliehen aus kämpfen wie ein feigling oder sterben im wasser oder einer verfluchten zone senkt deine göttlichkeit da schwächt dich sehr macht dich verwundbar okay das bedeutet für kleine bunte wolf da links unten im eck alles klappt okay dann wissen wir jetzt bescheid jetzt mal morgen voll ne ja und nichts mehr aufnehmen naja schaut ganz aus wirklich ganz sicher ein wir sind bereit genau so siehst du sie ich habe jetzt ein bisschen schwitzige hände musst du sagen okay beruhigend ja also das ist und du musst es wohl alleine machen keine ahnung wer der erste gegner war das ding dort vermutlich ja 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 ach so richtig ja hüpft doch noch ein bisschen mehr drauf rum issun okay amy ist ein cooles sockel ja 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 ich weiß nur dass sie echt super ätzend wo da ja ja ich hab den nicht so gruselig in erinnerungen ich hab den nicht so gruselig in erinnerung Ah, immer dieses Glaube! Die ist verdammt groß! Erstmal rennen! Rennen ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Okay. Was halt immer ich hier tue, es bringt nichts. Ich weiß nicht mehr, was... Ah, doch, ich weiß wieder! Ich weiß wieder! Ich weiß wieder! Äh... Hallo? Äh... Ah, warte. Wir probieren es so. Jetzt sogar mit meiner Tinte, Olive. Es wäre echt praktisch, wenn ich mehrere auf einmal treffen würde. Okay, mehr kann ich gerade nicht tun, aber sie stehen jetzt eh wieder auf. Richtig? Richtig. Wir rennen einfach immer wild im Kreis. So, Moment. Ich weiß nicht, ob sich das wieder löst bei der Zeit. Es reichen immer schon zwei. Es reichen immer schon zwei. Das ist natürlich interessant. Ja, jetzt mal hin und was ist so. Warte. Warte. Kann ich das... Nee. Okay. 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 Okay, okay, okay. Wir haben... zwei Augen schon weg, oder? Ach, Mann. Warte. Okay. Ah, guck mal. Sie ist schon ziemlich down. Ich weiß nicht, ob das mehrere Runden geht. Hör mal auf, dich zu drehen. Ach, die dreht sich jetzt schneller. So war das nämlich. Hör. Nein, sehe ich keine Blume. Das war doof. Jetzt hat ein Ei auf dem Kopf. Oh. 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 Oh du. Jetzt wenn ich Pech habe, stehe ich nicht auf der Seite von den Augen, die nur kaputt gehen müssen. Mann. Hm. Ach, Mann. Mh. Im Ernst? Das wot? Das wot? Das wot? Das wot? Das war erstaunlich einfach. Und der Hund pinnt einfach Aha Ach, wenn leute Spiegel Ja, cool. Vielleicht die Tintenkugel drauf. Aha. Nee, nee, das ist ein völlig anderer Hund. Lassen wir uns an und vor Isons Theatralik anstecken. Ah, ist okay. Doch, ist schon okay. Möchtest du das Spiel beihören? Natürlich. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt habe ich in das Tintenkugel geguckt. Irgendwann sind auch beinig. Yes, please. Okay, das ist schon mal. 3 4 4 4 4 Blumms. Deines Hundes, Junge. Das verstehst du ganz falsch, Junge. Das verstehst du ganz falsch, Junge. Wunderbar, Junge. Du bist ein Bilge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 versuche ich schon mal nein wir möchten das nicht gucken danke so schon mal hier raus zu toppen jawohl das geht alles klar dann wünscht euch noch einen schönen tag und wir sehen uns beim nächsten stream wieder bis dann macht's gut alles klar stream läuft ton müsste hoffentlich auch passen dann müssen wir doch mal weiter bitte bitte wenn man im hintergrund was hört es ist mein trockner ich habe sämtliche türen zu man hört ihn trotzdem ich hoffe das ist nicht allzu genau das was zuletzt gemacht schon war die ruine und den boss kommt mit der großen spinne was war das rene die werden vermutlich grünfutter fressen und man mischt ja gut was machen wir denn jetzt ich würde sagen wir reden jetzt zu aller allererst dieses tor aber mal direkt wieder reinkommen und alles guten tag oh der ist stück ne doch ich liebe diese perlenketten komm give me your stuff ah ja hallo ach so ja ist das genau vollschrink aufgetaucht okay komm mal ran und gut ich glaube das brauchen wir nur drei okay das war einfach das war einfach das war einfach du 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 ist dann irgendwo so rolle ich möchte jetzt aber nicht zwingend reinlaufen aber ich möchte gerne die vögelchen hier füttern ja ja ist nicht okay so wo waren wir denn jetzt sind wir wo kommen wir her viel mehr ich habe von da oben oder hier ich kann mal auf jeden fall noch was schöner machen ich bin 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 ich Und eine Bärenstatue oder ein Holzbär.